Da ist ja wieder der Dezember und wer kommt mit? Der Weihnachtsstress. Aber keine Sorge, nicht mit uns. Ich habe mir viele Gedanken gemacht über fünf Weihnachtsgeschenke, die ihr euren Buddies bereiten könnt. Mein erstes Produkt heute für euch, Topic Smart Coach. Jeder weiß, wie wichtig der Luftdruck ist, aber wer weiß denn wirklich, wie genau oder wie hoch sein Luftdruck ist? Mit dem Tool hier kannst du ganz einfach herausfinden, wie hoch der Luftdruck ist und stellst perfekt deinen Luftdruck für dich ein. Klein und kompakt, ein super Weihnachtsgeschenk. Kommen wir zum zweiten Geschenk. Ich meine, wer kennt ihn nicht? Den einen, der immer einen Platten hat, immer einen Defekt, auf den man immer warten muss. Aber da habe ich auch was dabei. Und zwar die Pumpe von OneUp Components inklusive dem EDC-Tool. Ein komplettes Werkzeugset inklusive Reifenheber und eine großvolumige Pumpe dabei. Und das ist ein super Geschenk für genau die Leute, die nie ein Tool dabei haben, nie einen Flicken, nie eine Pumpe und auf die man immer warten muss. Stopp! 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 Hier! Hi! Bis zum 16.12. verlosen wir alle fünf Teile. Eins davon kannst du gewinnen. Dazu musst du einfach nur unten im Kommentarfeld den Artikel schreiben, der dir am besten gefällt. Nur einen Artikel pro Kommentarfeld und abonnier unseren Kanal. Weil Weihnachten auch so stressig ist, verpacken wir dir die Dinge schon schön weihnachtlich, sodass sie perfekt unter den Baum passen. Alle weiteren Teilnahmebedingungen findest du unten in der Beschreibung. Und jetzt bin ich gespannt, was das dritte Teil ist. Weiter geht's mit meinem dritten Tipp. Mag Salami, das ist für jeden Begriff, der Tubeless fährt. Ich habe euch hier aber die Micropill von Deiner Plug mitgebracht. Und das ist quasi die Mag Salami in Deluxe. Ihr habt ein wasserfestes Gehäuse, das passt in jede Trikotasche. Und ihr habt nicht mehr das Gefummel, die Salami mit kalten Fingern zum Beispiel in eine kleine Gabel zu bekommen, sondern der Plug ist direkt im Tool integriert. Reinstecken, rausziehen, aufpumpen, fertig. Und weil dieses Ding eben Deluxe ist, ist es das perfekte Weihnachtsgeschenk. Mein vierter Tipp ist das Vera Bike Set. Im Vera Bike Set ist ein kompletter Werkzeugkasten in Miniaturausgabe vorhanden. Und ihr habt die Möglichkeit, euch die Auswahl der Bits, die für euer Rad passen, in die kleine Form hier zu packen. Die Ratsche mit dazu und zack geht es ab in die Trikotasche oder in die Hosentasche. Wer schon mal Vera Werkzeug in der Hand gehabt hat, weiß, dass es eine Top-Qualität. Und ihr wisst ja selber, für euren Bike Body ist das Beste an Weihnachten gerade gut genug. Mmmh, Kekse. Oh, ich habe aber noch was für euch. Und zwar, wenn ihr jetzt vor lauter überlegen, was du deinen Kumpels zu Weihnachten geschenken kannst, auf die Idee gekommen bist, dass vielleicht noch ein Geschenk für dich selber fehlt, dann habe ich hier eine Idee. Das ist der Tudorail. Ein kompakter Rucksack mit doch relativ viel Stauraum und vollgepackt mit ganz smarten Ideen. Wie zum Beispiel eine Magnethalterung für den Trinkschlauch. Es ist halt mal was anderes als die Sachen, die sonst auf dem Trail unterwegs sind. Lässt sich super tragen, total angenehm und er bietet dir Platz für alle anderen Weihnachtsgeschenke. Einpacken, mitnehmen, frohe Weihnachten. Das waren meine fünf Tipps für euch. Die Produkte findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, viel Spaß beim Biken und wir sehen uns nächstes Jahr. Ein Weihnachtslied? Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Weihnachtszeit, nein auch im Winter, wenn es schneit. Wenn es denn schneit im Winter.